ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin sehr vorsichtig, dass wir jetzt gewinnen, weil jetzt läuft die Aufnahme und wenn die Aufnahme läuft, gewinnen wir einfach immer Hurra! Okay, alles klar Sorry, jetzt habe ich denselben Fail gemacht wie du, Freund Ich hätte mehr nach hinten schlagen sollen, in deine Richtung Oh, was? Der hat den bei mir gar nicht berührt und auf einmal macht der bei eine Kurve Habe ich den an der Wand nochmal gespielt? Wenn ja, tut es mir leid Nein, habe ich nicht Hätte ich vielleicht Oh Gott, der kommt zu dem Weg Sorry Oh, der ist Oh, wäre der jetzt auch noch reingegangen? Nein, das kann jetzt nicht sein Ich wollte warten, bis er ihn raus spielt Nur, spring nicht Er geht nicht Ich habe eh keinen Nitro, ich konnte eh nichts machen, weil du hast mir die ganze Zeit mit Nitro gesnackt Ach so Sorry Komm Peter Nee, nee Oh, come on Nicht schön, gar nicht schön Der andere steht in der Mitte Ich habe geblockt, oh mein Gott Oh, scheiße Oh, scheiße Ach, Mann Ja, ja, du hast beide ausgespielt Ja, ja, du hast beide ausgespielt Ja, ja, du hast beide ausgespielt Aber es ist beide schon wieder vor dir Ich wurde weggekriegt Ich wurde weggekriegt Ah, schade Oh, oh Schade Das ist ja nicht so, dass wir es nicht könnten Nee Ich habe ja einfach mega Pech Oh, scheiße Ja, kick mich weg Ah Okay, der hängt am Tor fest Ah, komm schon Jetzt spielt der hier wieder über mich drüber Ach, schon, der andere Komm noch Und ich wurde wieder weggeschubst Stand ist wieder hinter mir, oder? Weil du nicht in der Mitte warst Ich glaube, dieser war stand tatsächlich nicht ganz hinter dir Ich glaube, man stand tatsächlich nicht ganz hinter dir Wie kann man den in einem so rechten Winkel wegspielen So, jetzt. 30 Sekunden, da steht 1-0, das kann ja wohl nicht sein. Er blockt ihn. Ja, mach ihn rein, mach ihn rein, mach ihn rein! Egal wie, mach ihn rein! Yes, Mama! Da hab ich erst noch überlegt, wie hau ich ihn jetzt nicht raus. Warum? 1 Sekunde. Wenn wir jetzt noch ein Tor schaffen, wäre das natürlich optimal. Hau ihn noch mal hoch? Ich hab ihn noch mal hochgehauen, aber es hat nicht gereicht. Oh Gott, das war so faszinierend. Erstmal Zeitgeworden. Ah, sorry. Sorry. Sehr schön. Machst du? Oder ich? Ah! Da! Stupsi dann! Hab ich! Mach ihn rein, verdammt! Bleib doch noch mal! Das kann echt nicht mehr wahr sein, langsam. Ich bin am Pfosten leer, oh mein Gott! Ich bin am Pfosten leer, oh mein Gott! Ey, ganz ehrlich! Ganz ehrlich, Gott! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Am besten gar nichts. Achtung. Das war mein letzter Boost, ich bin jetzt leer, oh mein Gott! Wurde eben den, der ja gesagt hat. Ja, 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 bin schon dabei. Aber ich dachte, mein Boost reicht nicht, um den Ball zu klären. Das ist ja richtig scheiße gewesen. Oh! Ey, die waren gut. Wir hätten den, wir hätten den einen reinmachen müssen. Die waren, weil, ja, das war halt einfach nur mega Pech, dass, dass das nicht mehr hoch genug kam. Aber richtig krasses Spiel. Ja. Das war eigentlich auch ausgeglichen. Ja, aber wir haben's wieder verkackt. Wie viele Punkte hast du denn noch? Äh, keine Ahnung, irgendwo Mitte. Wo hast du drei? Das war, erste Niederlage hier wieder seit langer Spielzeit, war zu erwarten. Aber jetzt, jetzt hauen wir den Sieg raus, wäre ich mal echt wieder dafür. Ich auch. Unser MMR muss ja bald schon im Keller liegen. Ich hab bald nur auf 50% gewonnen. Keine Ahnung, das muss ich eigentlich mal nachgucken. Ja. Ich weiß noch davor, bevor wir diese Pernierer-Serie hatten. Da hatten wir beide 63. Genau. Okay, das ist Fail. Kann man gehen. Das war. Bist du schon raus? Ja. Okay. Nein, nicht Replace. Ich will Statistik. 61. Ich bin noch bei 62,1. Mit der Rate. Warte. Wie viele Matches hast du bitteschön schon? Äh, 834. Ich hab schon lieber 1000. Aber mit Gary hatte ich glaube ich auch noch dies und den Niederlagen-Serie wie jetzt hier. Das ist echt krass. Ja. Come on. Do the victory. Komm, wir spielen nicht zusammen. Ja. Und ich hoffe, dass es unser Victory wird. Oh shit. Mach ihn rein. Von hier? Glaub ich ja nicht. Oh mein Gott. Du machst wenigstens eine Vorlage oder so. Ja, ich hab ja schon wieder gesehen, dass du hinter mir bist. Ich war nicht ganz hinter dir. Wie kamst du dann so schnell an den Ball, wenn du nicht hinter mir warst? Dankeschön fürs Wegfahren übrigens. Genau da stand ich. Jetzt schau im Replay, genau da stehe ich und boom, wo du dich weggehauen. Ja, ich weiß. Aber bei beiden Kameras sehe ich nun mal nicht was vor mir fährt. Ja, aber ich war doch auch nie gegen dich. Nein. So gut wie nie. Schau, ich bin jetzt auch wieder voll gestiegen lieb. Bitte, 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 bitte. Ja, nein, der kickt mich. So ein Wichser. Oh Mann ey. Das war meins. Wie der eiskalt mich weggetreten hat. Ich durfte ja nicht hinter dir stehen. Aber das Gegentor haben sie verdient. Doch in dem Fall darfst du hinter dir stehen. Aber nicht wenn ich versuchte Volllage zu machen, dann musst du in der Mitte stehen. Und bist du jetzt in der Mitte? Nein. Ja, aber der andere ist hinter. Ich stand nicht hinter. Ich stand nicht hinter. Oder wer? Was hat denn Pitbull-Bus gegeben? Keine Ahnung. Der rammt mich die ganze Zeit der Wichser. Ja. Okay, ich hab gewartet und bin nicht gegen mich gefahren. Sorry, da musste ich's alleine machen. Boah, schon gut. Hauptsache, wir gewinnen mal wieder, ne? Ja. Ich hab die Material verbrechen. Hat Pitbullchen noch? Null Punkte. Ja, der versucht halt die ganze Zeit nur mich zu sprengen, irgendwie. Ich glaub ich, den ist seine Aufgabe in dem Game. Sei mal froh, dass ich da gesprungen bin. Ich wurde gesprengt, Pitbull. Oh, nice. Oh nein, warum spielt ihr den jetzt so hoch? Er hat mich wieder gerammt. Oh, das war ne gute Parade. Oh, schon. Wir warten weiter, was den Pitbull veranschneidet, oder? Ja. Der ist einfach unberechenbar, der Typ. Oh, mein Gott. Ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. Solche Dinger hasse ich, wie die Pest. Was? Was? Hast du gesehen, wie der Ball mich einfach wieder weggeschlagen hat? Schau dir das beim Replay an. Schau dir das an. Der Ball schleudert mich einfach voll weg. Ich hab nur so... Oh mein Gott, der fällt. Der Ball hat mich einfach weggeschlagen. Oh mein Gott. Oh, der Ball trifft. Oh, der hat soweit geboostet. Sein Wand springt man soweit mit nem Frontflip. Schau mal an, wie weit ich geflogen bin, ey. Bumm, weggeflogen, bis da ganz nach hinten. Und der Star konnte ich wieder springen. Ich weiß nur, dass wir das nicht verlieren dürfen. Wenn ich das toll würde... Ich weiß nur, dass wir das nicht verlieren dürfen. Ja, das ist ja jetzt echt scheiße so. Die Vorlagen waren sich nicht so schlecht. Ja. Oh. Oh. Was? Keine Parade? Müsst du dich verarschen? Weil ich den mitbeschleunigt hab. Darum. Bist du den? Ehh, der kommt hinten wohl. Den wollte ich nur rausspielen, weil, naja. Ah, da komm ich nicht hin. Ah, come on Pitbull. Jetzt geht er auf einmal voll ab, weißt du? Ja. Boah. Das fehlt. Oh, perfekt. Oh, nice. Komm schon. Ja, zwei Gegner da, Pitbull schlägt den Ball. Ich will mich mal lieber nach hinten, gib ihn mal drauf. Okay. Ja, Pitbull, der ist einfach unberechenbar, der Typ. Alter! Weißt du, was ich meine, der ist unberechenbar? Ja. Ja. Aufdrücken. Ja. Andere Typ. Komm schon, do it. Nee, geht nicht. Oh, scheiße. Jetzt. Alter, Wanda hat mich weggeschürzt. Wieder Nachspielzeit, kann doch nicht sein. Nein. Pitbull, der Wichse. Nein. Wie er halt eiskalt da stehen bleibt. Und dann sowas macht. Alter. Ja, Leute, das war heute so eine richtig schöne Niederlagenfolge nach einer langen Spielpause. Und da haben wir mal wieder festgehaltene, machen Rocket League die Pause. Und dann würde ich euch sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Bis dahin, servus und tschau. Tschüss. 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 Und ют. Bis zum nächsten Mal.